Hier unten ist der Fühler und unten ist die mechanische Einheit. Das ist ein Dachschirm, das ist ein Mechanischer Thermostat. So, dann habe ich hier noch ein Überdruckventil, das ist dafür, wenn durch eine Fehlfunktion, dass es aktuell heißen kann. Das ist ein Avarie-Klapen, wenn man einen Geräusch hat, damit man das Gewalt verabschiedet hat. So, das ist von unten eigentlich auch schon alles. Wir sehen hier noch den Filter. Wir sehen hier noch die Ölpumpe. Das ist der Brennermotor, der natürlich das Gebläser antreibt. Das ist der Brennermotor, der in die Bewegung kommt. Der ist noch gebläser, aber noch die Neistung. Das ist der Brennermotor, damit es dann alles verabschiedet hat. Und die Filter, wie oft muss man den Filter verabschieden? Das muss man den Filter verabschieden. Das ist von der Knappe. Dann sehe ich hier noch das Kessel-Modul. Dann sehe ich hier noch das Kessel-Modul. Dann sehe ich hier noch die Zimt-Trabu. Hier ist das Zimt-Trabu. Dann sehe ich hier oben noch ein Fühler. Dieser Fühler ist ein Temperatur-Fühler, also ein Über-Temperatur-Fühler. Das ist eine Sicherheits-Komponente. Das heißt, wenn durch irgendeine Gegebenheit die Temperatur in dem Kessel steigt, sprich nicht abschalten der Brenneranzeuge, dann löst dieses hier nach dem gesamten Strom von der Hotbox weg. Und das ist dieser kleine Schalter. Aber da gibt es noch keine Reset-Komponente. Da dritt-Avarrinien, unter dem Elektronische Gernchen. Da dritt-Avarrinien, der wenn es kensen kann, entweder, oder ob eine Gründe, dann den größten. Da dritt-Avarrinien wird. Da dritt-Avarrinien wird und wenn man sieht, dass ein Konkretner gert, der dritt-Avarrinien wird, dann vollständig die Elektrierte aus. Da dritt-Avarrinien wird. Da dritt-Avarrinien ist eine kleine Schalter-Knopas apenas für die Systeme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017